so ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren ausgabe der englischen liga mit breiten wir werden jetzt hier einmal so starten mit maupay als start ja was für ein einstand was für ein wuchtiger schuss oder wahnsinn was für eine schöne flanke vom jakshi ja trossat Wahnsinn, er steht wieder richtig Moppy 10. Stor 1. Stor Abgefischt Oh mein Gott Oh Sehr gut aufgepasst, Lamp T Boah Oh 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 Boah, Trossat, schön. Tau hat sich hier schön durchgespielt, es war der Ball abgefescht, aber Trossat steht Gold, richtig. Trossat. Ja, sie spinnt sehr entfesselt, muss man hier sagen. Lassen kaum etwas zu. Aber jetzt vielleicht der Konter. Ja. Ja, gute erste Halbzeit hier von Brighton, muss man sagen. Muss man sagen. Maupi hatte ich auch fantastisch eingeschlagen. Reuter. Wieder dieselben Blasen. Uuuh. 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 Gut, so mit allen beiden Zentral- und Mittelfeldspieler get belastet. Uuuh. 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 Uuh. Uuuh. 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 Uuh. Warum nicht? So, jetzt Doppelwechsel. Oh ja, da. Ja, schön. Schön, schön. Alter, gut, dass du nicht so viele Tore schießen darf. So. 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 Testen wir da noch irgendjemanden vielleicht einmal? Testen wir da noch. Na gut, darf Moda von Beginn an spielen? Fällt gut auf dir, junge Mann. Okay. Oh, schade. Alter. Nee, der ist zu schnell. Sehr schön. Okay. 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 Sehr flottes Spiel. Okay. Okay. Vielen Dank. Moppe und Tau harmonieren dann schön gut miteinander. Okay. 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 Ah, das war zu viel. Oh. Ja, schade, hätte mehr daraus werden können. Ja, sehr hohes Tempo hier, sehr hohes Tempo. Ja, sehr hohes Tempo. Ja, sehr hohes Tempo. Jetzt ist man auf beiden Seiten noch nicht so richtig vorhanden. Oh. Puh, fast ein Patzer. Man bleibt trotzdem so. Okay. 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 Ja, wirklich ein sehr hohes Tempo, was hier gegangen wird, von beiden Wandschaften. Das war ein bisschen spät, oder? Ja. Hm, war schön gemacht. War sehr schön gemacht. Eieieiei. Eieiei. 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 Vielen Dank. Tau. Nein. Das hat man jetzt versemmelt. Oh mein Gott, Antone. Zum Führungstreffer. Hat sich hier gut durchgesetzt. Unglaublich. Zum Führungstreffer. Jawohl. Brighton dreht hier die Partie. Wunderschöne Tore. Wunderschöne Entstehung. Aber zuerst einmal hier. Das 1 zu 0. Für die Gastgeber. Tau. Mal wieder eine Klasse für sich. Hier gut durchgesetzt. Der Trainer hat einen Glücksgriff bewiesen. Mit diesem Mann hier. Schlussendlich dreht man hier die Partie. Gegen West Bromwich. Mit 1 zu 2. So. Das war's meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's das gut. Bis dann. Ciao. Ciao und papa.